Markus hier und ich war ein Stotterer. Das heißt nicht, dass ich nicht immer mal wieder an Buchstaben hängen bleibe oder über Buchstabensteine, die ich mir selber in den Weg lege, stolpere. Es heißt aber, dass ich mittlerweile flüssig sprechen kann und wenn es doch mal passiert, dass ich stottere, dass ich nicht darunter leide. Nicht mehr. Denn früher habe ich das und hatte wirklich eine sehr ausgeprägte Sprechstörung. Wie ich es da rausgeschafft habe, das in diesem Video. Baby, let's grow! Schon verrückt. Ein Kommunikationstrainer mit einer Stottervergangenheit. Und trotz dieses Handicaps habe ich Sprache und Kommunikation zu meinem Beruf gemacht. Oder sollte ich sagen, genau deswegen. Denn paradoxerweise hat mir eine andere Form der Sprache geholfen, meine holprige Sprechweise ein bisschen zu rhythmisieren. Nämlich die Poesie, die Reinkunst. Ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben. Und schöne Gedichte haben etwas, das vielen stotternden Menschen fehlt. Nämlich Rhythmus und Flow. Und da habe ich gemerkt, jeder Vers und jeder Satz darin hat eine ganz klare Rhythmik. Da wusste ich noch nichts von Begriffen wie Metrik oder Reimschemata oder so. Nein, aber ich hatte das Gefühl, da fließt was. Da fließt die Sprache einfach. Sie hat einen Rhythmus, dem ich folgen kann. Schlüsselmoment. Ich beschäftigte mich also mehr mit Metrik, Reimschemata. Und vor allen Dingen liebte ich den Rhythmus. Und deswegen war es wahrscheinlich gar nicht vermeidbar, dass ich irgendwann zu Musik gefunden habe. Und ich habe also die gereimten Texte auf einen Beat geschrieben, auf Musik. Und das nennt sich dann Songwriting. Ich schrieb also Lieder. Da ich aber damals noch nicht singen konnte, fing ich mit einer härteren Form des Sprachgesangs an. Rap. Zwar war ich anfangs nicht immer ganz im Flow und auf dem Takt. Aber je mehr Rhythmus und Taktgefühl ich entwickelte, desto mehr hat sich dies auch auf mein Sprechverhalten ausgewirkt und übertragen. Auch dann, wenn ich nicht gereimt oder gerappt habe. Das Stottern wurde etwas weniger, war aber immer noch abhängig von Situation und von Personen. Das kennen bestimmt viele Stotternde, die bei manchen Menschen und in manchen Situationen mehr stottern als in anderen Bereichen. Und das fand ich verwunderlich, aber habe mir damals auch noch nicht viel draus gemacht. Und in Fremdsprachen war es sogar doppelt so schlimm. Als ich Englisch oder Spanisch lernte, da bekam ich fast keinen Satz flüssig raus. Ich blieb an so vielen Wörtern hängen oder habe sie überhaupt nicht geschafft anzufangen. Und beim anderen Geschlecht war es drei-, viermal so extrem. Weil ich irgendwann aber wirklich coole Musik machte, groß war und auch Basketball spielte und das relativ gut, kam mir natürlich gelegen, denn davor hatten meine Freunde oder Gleichaltrigen Respekt. Und somit wurden auch die Hänseleien und Nachäffungen immer rarer. Das stärkte wiederum mein Selbstvertrauen und mein Selbstwertgefühl. Und so ging das Hand in Hand und ließ auch da wieder mein Stottern weniger werden. Je selbstsicherer ich also wurde, desto stärker wurde auch meine Kommunikation. In Sachen Hip-Hop wurde ich sogar so gut und sicher, dass ich einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen habe, der Leuten hilft, das Rappen zu erlernen. Lingobox war geboren und das lief sogar sehr erfolgreich. Das war natürlich auch wieder gut fürs eigene Wertgefühl. Und wer mich damals schon so schnell und präzise Rappen hat hören, der wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich in der Alltagskommunikation im Alltag noch solche großen Probleme mit Artikulation und Sprache hatte. Ich ging einen Schritt weiter und wollte mein musikalisches Repertoire vergrößern und fing an, immer mehr zu singen. Anfangs war das eher wie ein Betrunkener beim Skistand auf dem Jahrmarkt. Ich traf keinen Ton. Glück für die Tauben. Aber ich verstand, dass Singen sehr viel mit Loslassen zu tun hat. Diesen Druck, diesen Stress und diese eigene Erwartungshaltung und dieses Leistungsdenken loszulassen, das mich blockiert, das meine Atmung verkürzt, flacher macht und dann eben verhindert, dass der Ton sich entfalten kann, dass diese Vokalisierung und Intonation richtig stattfinden kann. Loslassen hat wiederum mit Mut zu tun, mit Hingabe. Den Mut, sich den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten hingeben zu können. Den Mut, nicht perfekt sein zu wollen. Denn diese Perfektion hindert uns an unseren Potenzialen und ist ein Weg ins sichere Unglück. Ich als Perfektionist hatte da einige Lektionen zu lernen und erst wenn ich mich selber nicht mehr so ernst nahm und so einen hohen Anspruch an mich selbst hatte, war ich dazu bereit, auch gesanglich wirklich Fortschritte zu machen, höhere Töne und Noten zu treffen und einfach auch diesen starken Ton zu bilden. Und um wirklich die höheren Töne zu treffen, musste ich alles loslassen. Da musste ich mich trauen, einfach mal voll am Ziel vorbeizuschießen. Und das habe ich oft genug. Aber das braucht es, um irgendwann dann auch diese Sache zu festigen und dann ist es auch wieder eine Gewohnheit und eine neue Komfortzone. Bis dahin muss man sich trauen. Denn zu Beginn meiner Gesangskarriere hatte ich eigentlich nur Buzz, aber keinen Treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. Um auch gelöst in Gespräche und in die Kommunikation zu gehen, musste ich aber noch viel mehr loslassen. Seelischen und emotionalen Ballast, destruktive Überzeugungen und Glaubenssätze und noch so viel mehr, was sich da im Unterbewusstsein verfangen und verselbstständigt hat, was mir dann letztendlich immer wieder im Weg stand und dieses psychosomatische Stottern begünstigt hat. Und so interessierte ich mich immer mehr für das Gehirn, wie es tickt, wie es funktioniert und wie ich es umgestalten, umprogrammieren kann. Nächster Schlüsselmoment. Und als ich auch die Gesangsatmung mehr und mehr beherrschte, war da eine ganz neue Leichtigkeit, ein neuer Flow in mir. Und das hat mich nicht nur musikalisch auf ein anderes Niveau gebracht, sondern auch in meinem Redefluss im Alltag. Da war ein lebensfroher Atem, der das Stottern noch mehr verdrängte und ich wollte kein Stotterer mehr sein. Aber dazu musste ich erst etwas anderes werden. Und so wurde ich also Poet oder Poetry Slammer, Singer Songwriter, Rapper, Rap Coach, Englischlehrer. Ich wurde proaktiver Gehirnnutzer und Erschaffer meiner eigenen Realität. Ich bin inzwischen also so vieles, aber eben kein Stotterer mehr. Das sind alles Labels, Identifikationen. Und du darfst dich fragen, welchen Stempel du dir selbst auch immer wieder aufdrückst und mit was du dich identifizierst. Und vor allen Dingen, mit was du dich stattdessen identifizieren kannst. Ab und zu stellt mir immer noch ein renitenter Buchstabe das Bein und ich bleibe ein bisschen hängen, aber das hält mich nicht davon ab, sogar auf große Bühnen zu gehen, Vorträge zu halten und mit jedem Mann einfach locker ins Gespräch kommen. Und das ist das Schöne. Selbst wenn es nicht ganz komplett verschwunden ist, so kann ich trotzdem all das tun, was ich mir wünsche. Und so bin ich mittlerweile auch Kommunikationstrainer und helfe Menschen genau auf diesem Weg Richtung neuer Ausdrucksstärke und starkem Selbstvertrauen. Und so kann ich dir Folgendes anbieten. Nummer 1. Entdecke dein Potenzial. Denn du weißt gar nicht, was du alles drauf hast und kannst. Nummer 2. Finde eine neue Identifikation. Nummer 3. Programmiere dein Gehirn um. Nummer 4. Werf all den seelischen, emotionalen Ballast ab und räum da mal ein bisschen in deinem Unterbewusstsein auf. Nummer 5. Bau dir systematisch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auf. Nummer 6. Lerne eine neue Art zu atmen und kreiere damit einen ganz neuen Lebensflow, der sich auf alle Bereiche positiv überträgt. Und wenn du willst, dann helfe ich dir sehr gerne dabei. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, komm entweder in meine Facebook-Gruppe, wo regelmäßig ein Austausch stattfindet, oder direkt auf meine Website. Ich verlinke das alles unten in der Description-Box. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns unterhalten, wenn ich dir helfen könnte, auch diesen Weg zu gehen, sodass das Leben einfach wieder mehr Spaß macht und du mehr Möglichkeiten hast und deine Potenziale wirklich auch endlich mal herausbringst, sodass andere wissen dürfen auch, was du kannst und wer du wirklich bist. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, Baby, let's flow! Baby, let's flow!